Das Newcomer Radio So, das ist Tortuga gewesen und jetzt haben wir sie hoffentlich am Telefon. Grüßt euch. Ja, hallo ihr da draußen. Hallo. Habt ihr früher irgendwie zu viel Wiki geguckt oder seid ihr auf den Mittelalter-Märkten unterwegs oder wie seid ihr an das Projekt gekommen? Wir sind Vicky. Gab es früher irgendwie andere Musikrichtungen, die du hauptsächlich gehört hast in deiner Jugend oder war das immer schon so ein bisschen diese Richtung? Also mein erster Single-CD war Lucy Electric, Mädchen. Oh, wunderschön. Jetzt spielen wir mal einen Song von euch ein, würde ich sagen. Wie hast du deinen Mann kennengelernt? Auf dem Mittelaltermarkt oder irgendwie auf dem Schiff oder so? Mein Mann, nee, den hab ich im Festival kennengelernt und als man sich begegnet, hab ich gedacht, ey, du, du gehörst doch zu meiner Crew. Moment, das war genau andersrum. So, und jetzt sind wir nämlich bei der Nummer. Wie war es denn wirklich? Ja, es war genau andersrum. Aber wie das so beim Fischen ist, man braucht da viel Geduld. Jetzt musst du ja vorsichtig sein, was du sagst. Wenn du nachher auflegst, bist du fällig. Das ist Tortuga, heute in der Sendung Backstage-Check. Ihr seid noch da, ihr Lieben? Ei, ei. Ei, ei. Gab es schon mal irgendwann, ich sag mal, eine Begebenheit unten im Studio, dass ihr euch über einen Song irgendwie nicht einig wart und dann irgendwie Ehekrach gab oder so? Oh, dass wir uns nicht einig sind, das passiert öfter. Okay. Wenn es zu Streitigkeiten kommt, habe ich das letzte Wort. Frauen, ne? Also ich will jetzt nicht hetzen, aber... Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Ich will den Käpt'n verärgern. Nein, 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 ich nehme das sofort zurück. Ich nehme das sofort zurück. Ich habe die Kegel geholt. Vorsicht. Das Newcomer Radio. So, heute Abend mit der Band Tortuga. Ihr seid noch da? Yo. Yo. Sag mal, wenn du dir wünschen könntest, wo der Käpt'n mal hinsteuern sollte, auf welches Konzert würdest du gerne mal supporten, oder wo würdest du gerne mal hingehen? Wo, ist mir prinzipiell egal. Hauptsache, das sind Leute, die uns hören wollen. Jetzt mach ein bisschen Werbung. Wie kommt man an die CD und zwar kostenlos? Ihr besucht einfach www.tortuga-bend.de. Da könnt ihr die CD kostenlos runterladen. Und was wir auch machen können, ihr schreibt uns einfach an, schickt uns die Adresse und wir schicken die euch zu. Ne, finde ich cool. Dann darf ich mich bei euch bedanken. Es war meinerseits ein sehr schönes Interview. Vielen Dank für die Einladung. Ciao. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend und weiterhin viel Spaß. Danke.